Liefer sie pünktlich in der Schule ab, ja? Hallo? Matt Turner. Hören Sie mir ganz genau zu. Unter Ihrem Sitz befindet sich eine Bombe. Was ist denn? Wenn Sie aus Ihrem Sitz aufstehen, wird die Bombe explodieren. Was wollen Sie? Das Geld Ihrer Investoren. 208 Millionen Euro. Es geht hierbei um Geld? Fahren Sie. Hier hat einer angerufen. Er hat gesagt, wir würden deinetwegen sterben. Du wirst nicht sterben. Es ist eine Bombe im Auto. Ich bin von Europol. Ich brauche Ihr Vertrauen. Sie tun das, was ich sage, wenn ich es sage. Lassen Sie meine Kinder gehen. Was machst du denn? Ich bringe uns hier raus. Ich beobachte sie. Ich bin von ali. Ich bin von mir. Ich bin vom Publisher.